Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei dem heiß geliebten 1.9 TDI VW Golf, wollen wir einmal den Turbolader ausbauen, beziehungsweise ausbauen, wegschicken, instand setzen lassen. In dem Fall für euch ist es quasi Turbo-Austausch-Video und das Ganze wollen wir einmal mit euch durchführen. Das ist auch der spezielle Motorcode ASZ bei dem VW Golf 4. Baujahr 2002, 96 kW, Diesel 1.9 TDI ist das. Ja, grundsätzlich ein sehr, sehr gut robuster Motor. Das ist der Pumpe-Düse-Motor, der noch robustere ist ja der Verteiler-Einspritzpumpe, aber das ist der Pumpe-Düse-Motor und den wollen wir mal durchpflegen, durchreparieren. Da kommen sämtliche Videos zu oder sind schon auch sämtliche Videos zugekommen. Und hier geht es um den Turbo und deswegen schreibt mal bitte alles unten in die Kommentare zu dem Thema 1.9 TDI. Ja, alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Und ja, wir wollen den Turbo ausbauen, wegschicken zum Instandsetzer, weil man kriegt sehr, sehr viele günstige Turbos auf dem Markt. Aber meiner Meinung nach halten die da nicht lange und wenn man sich wirklich einen sehr, sehr guten Turbo einbauen möchte, dann kosten die auch schon richtig Kohle. Deswegen ist meine Überlegung, die Turbolader, die drin sind, die originalen Turbolader, die in Stand sitzen lassen, ist meiner Meinung nach, glaube ich, die Erfahrung hat es mir jetzt im Moment gesagt, die beste Alternative, als sich irgend so einen günstigen Zubehör Turbolader reinzuknallen. Und ja, es wird wahrscheinlich eh auf dasselbe hinauslaufen. Preislich kommt man schon bestimmt an so einen Garret überholten Turbolader. Aber mal gucken. Preislich müsst ihr das mal selber absegnen. Wir machen mal unten so einen Garret Turbolader mal rein. Ansonsten, wir arbeiten mit einer Firma zusammen. Wir sind ja noch ein paar Tests am Machen mit der Firma, ob wir damit öfters zusammenarbeiten und ob wir da auch noch ein Partnerprogramm bekommen und ob ihr da auch noch Rabatte bekommt, wo ihr Injektoren, Partikelfilter, Turbolader hinschicken könnt und das Ganze prüfen lassen könnt. Ich würde sagen, fangen wir an, bauen das Ganze aus und ich würde sagen, los geht's. Ja, Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug, Online-Shop, hat auch zwei eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man ein vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau. Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITIAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Der Grund ist, warum wir das Ganze ausbauen, ist, weil der Turbolader extrem, extrem Öl verliert und das Ganze auch schon unten rausläuft. Und das Ganze hier durch das Ladedrucksystem, hier am AGR-Ventil sogar, über das Ventil schon runterläuft. Das ist der Hauptgrund, warum wir das Ganze ausbauen und wechseln und reparieren lassen. Ja, ich würde sagen, machen wir es mal. So, mit einer 10er Nuss. Wir schrauben hier einfach erstmal alles ab und können den dann eigentlich nach unten hin rausholen. Weil diese Ansaugleitung, die geht unten zum Turbo hin. Wenn wir die Lose haben, können wir unten das Ganze machen. Ich denke mal, AGR werden wir ausbauen, weil wir von oben ja noch die Schrauben abschrauben müssen für den Turbolader. Wir werden auch schon das Ganze elend sehen. Damit wir den Turbolader ausbauen können, müssen wir die Antriebswelle, von der rechten Seite, die Antriebswelle einmal rausholen. Sonst haben wir keine Möglichkeiten, den Turbo rauszuholen, weil der nach unten raus soll. Schrauben wir das Ganze einmal ab. Ganz wichtig ist es, mit einer 30er, 30 Millimeter Nuss einmal die Schraube von der Antriebswelle abschrauben. Extra der Gehärtete von Reptool, Kauflink unten in der Videobeschreibung. Ansonsten muss jemand auf die Bremse treten und mit einer Verlängerung muss man das Ganze dann einmal abmachen. Aber sieht gut aus. Ja, ich denke mal, Antriebswelle machen wir mal im Speedmodus, wie wir die rausholen. Weil im Prinzip ist es ja, Querlenker alles einmal abschrauben, runter, das Ganze zur Seite, Antriebswelle auf der Getriebeseite abschrauben. Das filmen wir noch mit. Aber alles einmal im Speedmodus. Aber alles einmal im Speedmodus. So, mit einem M10-Fieldzahn schrauben wir die Antriebswelle ab. Dann können wir hier den ganzen Teil abmachen. Hier wird bestimmt jetzt viel Öl rauskommen. Weil das Ganze nicht oxidiert ist, was es wahrscheinlich ist. Na doch nicht, ist wahrscheinlich alles in den Ladeluftkühler reingelaufen. So, den Schlauch einmal komplett ab. Der Teil kann eigentlich dranbleiben. Dann schrauben wir einmal die Auspuffschelle ab, die Halterung hier ab, weil wir Cut mit Flexrohr komplett rausholen werden. Das Ganze mit Rostlöser hatte ich schon vorher eingesprüht gehabt. Weil das Ganze ist schon sehr vergammelt und kann ziemlich in die Hose gehen. Aber wir probieren es mal, ob sich das Ganze lösen wird. Hier sollte ein 13er. Ich glaube, das wurde auch mal geschweißt, geflext und dementsprechend ist das gängig. Hier sieht es schon schwieriger aus. Ich glaube, wir müssen jetzt hier ist ein 8er. Hier ist es schon wieder 15,000 Seiten. Hier ist es schon ein 18.000 Seiten. Wir gucken uns mal. Ich bin ein 20er. Wir gucken uns jetzt auf 10,000 Seiten. Also sehen wir uns überwolterung. Da sind das gängig. Vielen Dank. Und jetzt müssen die drei Schrauben hier abgeschraubt werden, die an den Turbolader drangehen. Ihr seht jetzt nur zwei Schrauben, es sind aber drei, die andere ist schwer zu sehen. Hoffentlich gehen die auch ab. Übrigens 13er Nuss, dann kommt man da dran. Und dann kommt man da dran. Und dann kommt man da dran. Und dann kommt man da dran. Dann können wir den Ansaugschlauch eigentlich, glaube ich, nach oben hin rausholen. Mit einem 5er Torx schrauben wir hier das AGR Ventil einmal ab. Es müssten drei Schrauben sein, wenn man an die dritte dran kommt. Nein, leider nicht. Jetzt müssen wir eine vorher abschrauben. So. Mit einem 6er Inbus schrauben wir einmal eine Schraube von dem AGR Ventil. Damit wir an die andere Schraube dran kommen. Ich zeig das gleich alles, wenn ich es abhabe. Weil das AGR Ventil ist auf drei Schrauben festgeschraubt an der Ansaugbrücke. Und wenn wir die eine Schraube abhaben, dann kommen wir an die letzte Schraube dran. Das sind übrigens drei 5er Inbusschrauben. Das AGR Ventil werden wir wahrscheinlich auch austauschen, weil da sehr viel Ölverlust passiert ist. Weil der hier auch schon wahrscheinlich undicht ist. und das ganze hier entlang gelaufen ist. Und der auch echt nicht mehr schön aussieht. Aber gucken wir mal. So. Die zwei Muttern habe ich auch abgeschraubt. War befestigt. Das geht nämlich zum Turbolader beziehungsweise zum Abgaskrümmer. Mit 13er Muttern waren das. Und ja, hier könnt ihr dann sehen, die drei Schrauben. Und hier müsst ihr die eine Schraube abschrauben, damit ihr an die Schraube dran kommt. Und dann ist das ganze auch raus. So, von oben löse ich jetzt quasi den Abgaskrümmer, weil er ja mit dem Turbo verbunden ist. Von oben die oberen Schrauben und von unten machen wir die unteren Schrauben. Für euch ist natürlich sehr, sehr schlecht zu sehen. Mit einer 12er Nuss schrauben wir das ganze ab. Eine Mutter habe ich schon ab. So sieht das ganze dann einmal aus. Und dann schrauben wir das ganze ab und gucken uns das ganze gleich mal von unten an. So, wir haben jetzt von oben alle Schrauben abschrauben können, die am Abgaskrümmer dran sind. Genauso wie die Ölzulaufleitung. Zeige ich euch alles, wenn wir gleich raus haben. Die Ölzulaufleitung ist leider kaputt gegangen. Ist sowieso zu empfehlen, die auch neu zu machen. Aber zeigen wir mal. Aus der Position könnte man am besten zugucken. Wir müssen jetzt einmal die Unterdruckleitung abmachen, die an die Unterdruckdose drangeht. Weggegammelt ist die. Alles vergammelt hier. Die Leitung können wir auch gleich abkneifen. Alles verölt. Alles kaputt. Gut. Jetzt müssen wir die Ölzulaufleitung abschrauben. Und die letzte Halterung. Hier unten. 13er müsste da sein. Machen wir alles neu. Unten müsste 22er sein. Das seht ihr glaube ich jetzt nicht. Ja. Und mit einem 13er Schlüssel. Und dann können wir den Turbo rausholen eigentlich. Sollten wir den noch unten rausholen können. Ein paar Unterlegscheiben noch. Zack. So. Ja und so sieht das Ganze aus. Wenn das Ganze ausgebaut ist. Wenn man möchte, kann man die Stehbolzen neu machen. Die Abgasprümmerdichtung auf jeden Fall machen wir die neu. Zulaufleitung machen wir auf jeden Fall neu. Sauber machen das Ganze. Und ja. Anzugbrücke werden wir jetzt nicht anpacken. Stehbolzen. Ja. Ich denke mal wir lassen die alt. Muss jetzt echt nicht sein. Aber gucken wir mal. Zulaufleitung auf jeden Fall. So und wenn man sich fragt, wo die Öl-Zulaufleitung hingeht. Die geht hier einmal vom Ölfiltergehäuse an der Seite entlang zum Turbolader. Das bedeutet die Leitung könnt ihr hier abschrauben. Und hier an der Seite zwei Halterungen. Beziehungsweise eine Zehner Mutter. Und dann ist das Ganze auch einmal raus. So mit einem 17er. Schrauben wir einmal ab. Zack. Zu empfehlen die Leitung immer neu machen. Beziehungsweise wenigstens ausbauen und durchpusten. Denn ziemlich nah am Turbolader. Da sammelt sich sehr sehr gerne, wenn das Öl nicht regelmäßig gewechselt wurde. Sammelt sich dort Ablagerungen ab. Das Ganze, sag ich mal, verbrennt. Beziehungsweise verkorkt dort. Und dann hat der Turbo einen Turboschaden. Und jetzt baut man den neuen Turbo ein. Reinigt die Zulaufleitung nicht. Zulauf- und Rücklaufleitung. Dann hat man das Problem, dass man den neuen Turbo kaputt macht. Weil zu wenig Öl zum Turbo gelangen kann. Deswegen ganz ganz wichtig. Die Leitung ausbauen, reinigen, gegebenenfalls neu machen. Genauso wie die Dichtungen. So eine Halterung haben wir abgeschraubt. Dann gucken wir mal, nach wohin wir den rausgezogen bekommen. Die Leitung ist auch noch ziemlich stark oxidiert. So sieht das Ganze dann einmal aus. Und durch dieses Röhrchen gelangt dann einmal. Achso, der ist natürlich auch festgeschraubt am Turbolader. Aber wenn ihr den ab habt, dann hat sich das Ganze auch erledigt. Und dann hier an der Seite eine 10er Schraube. Und dann habt ihr die Geschichte einmal ausgebaut. Ja Leute, ich habe leider vergessen, den alten Turbolader ein bisschen zu zeigen, wie der von innen aussieht. Und ja, der Turbolader, das ist derselbe Turbolader in Stand gesetzt. Und den wollen wir jetzt einbauen. Ja, Versand, wie lange hat es gedauert? Montag weggeschickt, Donnerstag war er wieder da. Und wir haben denselben originalen Turbolader. Und wie gesagt, wir arbeiten da mit einer Firma zusammen. Falls irgendjemand Turbolader, Injektoren, Partikelfilter wegschicken möchte, der wird in Zukunft unten ein Link sein, wo ihr das Ganze hinschicken könnt, und euch in Stand setzen lassen könnt. Weil meiner Meinung nach, man kann sich wirklich günstige Turbolader kaufen. 200, 250 Euro circa, kriegt man schon einen Zubehör Turbolader. Aber da weißt du meiner Meinung nach nicht. Manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech. Und wenn du einen original Garret, einen originalen Turbolader oder einen Garret Turbolader reinstecken möchtest, dann bist du locker bei 700 Euro circa. Und Zubehör Turbolader bist du bei 250. Und das Problem ist halt meiner Meinung nach, du machst ihn rein. Und sollte da irgendwelche Probleme kommen, dann hast du natürlich Garantie. Aber das Problem ist, bau den da wieder raus, schick ihn weg, besprich das. E-Mail hin und her, der E-Mail-Verkehr, alles etwas krampfmäßig. Du kriegst es dann eventuell durchgedrückt, wenn du das natürlich mit Rechnung verbaut hast. Aber allein dieser Ärger, Auto bleibt stehen, Turbo muss wieder raus, weggeschickt werden auf Garantie. Ja, natürlich kann das auch bei einem Garret Turbolader passieren. Natürlich kann das auch bei einem originalen passieren. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach weniger. Deswegen schreibt bitte alles unten in die Kommentare. Und so könnt ihr euren Turbolader ausbauen und euren Turbolader. Natürlich kann, was noch passieren kann, ist, man bestellt einen falschen Turbolader. Weil eine Kleinigkeit da nicht passt, Halterung passt nicht, irgendwas passt nicht. Weil von Fahrgestellnummer bis Fahrgestellnummer. Und ihr kennt das, wenn man ab und zu mal Ersatzteile für sein Auto bestellt und dann nicht die passenden Teile auswählt. Passiert sogar mir, weil da gibt es wirklich von Modell zu Modell, von Fahrgestellnummer zu Fahrgestellnummer Unterschiede. Und so habt ihr wirklich euren Turbolader, den schickt ihr weg. Könnt nachfragen, ey, was ist mit dem Turbo passiert? Warum ist er kaputt gegangen? Ist mein Partikelfilter voll? Was ist mit dem passiert? Ursache, alleine wegen Alter vielleicht. Oder was mit dem passiert ist, kann man euch sagen. Und ihr bekommt euren Turbolader in Stand gesetzt zurück mit Garantie. Und der hier hat zum Beispiel, okay, Preis werde ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal, ein guter Zubehör Turbolader wäre das Gleiche, nur wie gesagt, was ich vorhin schon alles erklärt habe. Und so habe ich meinen Turbolader oder unseren Turbolader oder denselben Turbolader und den klatschen wir da rein. Ja, was haben wir noch? Wir haben Rücklaufleitung, Zulaufleitung, Dichtungssätze. Übrigens, von der Firma haben wir auch einen Dichtungssatz bekommen. Zubehör Dichtungssatz haben wir dazu bekommen. Leider etwas überflüssig, wir haben uns alles original nochmal angeschafft. Zeige ich euch auch gleich, aber nur mal so zu erwähnen, dass von der Firma, die unten in Zukunft verlinkt sein wird, wir auch die, dass man da auch den Dichtungssatz bekommen hat. Ja, Rücklaufleitung original, Zulaufleitung original, man kriegt sie auch zubehörmäßig. Aber ich wollte, ganz ehrlich, hatte ich jetzt auch nicht die Zeit dafür, weil ab und zu passiert ist, man kriegt das Ganze, aber kleine Unterschiede sind dann da, die Biegung ist nicht richtig. Irgendwas kann ab und zu mal passieren und ich wollte da kein Risiko eingehen, aber ja, es gibt auch Zubehör. Wir verlinken das Ganze unten, da wo die beste Kundenbewertung ist. Ansonsten alles original anschaffen kostet jetzt auch nicht sehr viel mehr als im Internet. Und dann ist man da auf der sicheren Seite, genauso wie die neuen Schrauben, die neuen Muttern, macht die ruhig neu. Und neue Dichtungen. Die sind übrigens nicht original, die sind von L-Ring. Die gefallen mir etwas besser, weil die so ein bisschen dicker sind. Die gefallen mir etwas besser als diese dünnen kleinen Bleche. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Äh, ne, ne, ne. Ein paar Dichtungen, Rücklauf, Zulauf. Original. Ja, Turbo ist da. Und ja, alles sauber gemacht. Bitte nicht wundern, dann sind wir noch ein paar Sachen am Umbauen. Das wird wahrscheinlich ohne Video passieren. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Turbolader ist da und wir bauen ihn ein. Los geht's. So, dadurch, dass hier jetzt mehr Platz ist, könnt ihr meiner Meinung nach auch besser zugucken. Dann setzen wir mal die neuen Dichtungen rein. Sauber gemacht haben wir. Und jetzt einmal. So müsste das sein. Nein. So. Und jetzt kann der Turbo wieder rein. So. So, Stehbalzen haben wir alt gelassen. Sollte nicht viel passieren. Also eine Mutter drauf. Damit uns der Kollege nicht mehr runterfallen kann. So, dann setzen wir mal die ganzen Muttern drauf. Und jetzt einmal alles festmachen. Ich habe schon ein paar von oben, von unten festgemacht. Fest. Fest. So, alles fest. Dann können wir die Ölrücklaufleitung von unten eigentlich dran machen. Und das Ganze einmal neu verbauen. So. 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 erstmal hier festmachen. Und dann hier. so. 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 vom Turbo. Als nächstes verbauen wir die Zulaufleitung. Ich habe jetzt ein bisschen weiter zurückgezoomt. Man hat ja gesehen wo es ausgebaut wurde. Auf jeden Fall von hier. Das Ganze auch sauber gemacht. Und ganz wichtig ist natürlich neue Dichtungen sowie Hohlschrauben neu mit dabei. wir verlegen das erstmal, die Anschlüsse mache ich nachher dran, dass wir den einmal erst wieder durchgezogen bekommen, wo der so grob saß. Das ist schon mal falsch rum, das müssen wir hier unten durch, das ist doch schon mal grob richtig, so mit in Richtung Turbo. Weil wir das ganze dann vernünftig sitzen haben, können wir auch die Hohlschraube durchmachen, Dichtungen drauf und das ganze vernünftig festziehen. Mit einem 17er das ganze festziehen, natürlich habe ich hinten auch schon angesetzt, denn erst festziehen, wenn das ganze vernünftig sitzt. Und ganz wichtig natürlich bei neuen Turboladern, die Hohlschraube habe ich jetzt nochmal abgemacht. Ihr werdet das etwas schlecht sehen, aber macht in den Turbo mit einer Spritze Öl rein, damit er in den ersten Sekunden nicht trocken läuft. Das ist natürlich ganz ganz wichtig. Und dann kann die Hohlschraube wieder drauf und wir können das ganze vernünftig festziehen. Okay. 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 So, dann wieder die ganze Hitzeschutz-Blech-Geschichte rein machen. Okay. 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 beautiful. Okay. Okay. Vielen Dank. Jetzt können wir den Ladedruckschlauch wieder drauf packen. Wieder drauf machen die komplette Geschichte. Auf der anderen Seite musste man das auch ein bisschen fetten. Ging ja gar nicht drauf. So, haben wir den schon mal drauf. Und als nächstes bauen wir AGR wieder zurück. Ich hoffe, von der Beleuchtung her geht es. Einmal die Dichtung wieder drauf. Machen wir es mal so. Ja. Und dann bauen wir das Ganze wieder zurück. Jetzt ist für euch natürlich sehr wenig zu sehen. Und setzen hier die ganzen Schrauben an. Aber hier sollte es ja schon für den ein oder anderen bekannt sein. Und dann machen wir das Ganze wieder rein. Alles natürlich festziehen, dass das ganze fest ist. So, als nächstes machen wir jetzt das Ansaugrohr wieder rein. Das ist von hier unten. So. 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 Und natürlich wieder die Schläuche, alle wieder zurück. Der kam nämlich nach unten, nach unten hin wieder fliegen zum Turbo. Und dann haben wir es hier wieder schön sauber. Der Schlauch, den wir gerade von oben nach unten verlegt haben, der wird einmal eingerastet überall. Hier der letzte Verbinder und geht dann zum Turbo. An die Unterdruckdose, dann haben wir ansaugseitig, ölseitig alles erledigt, hier ist nur noch Auspuff dran. Okay. Okay. Mm. Okay. Vielen Dank. Wenn wir den Turbo dann drin haben, alles drin haben, den letzten Schlauch drauf. Jetzt können wir den eigentlich gleich starten. Und wenn wir den Turbo drin haben und das Ganze laufen lassen wollen, ist es zu empfehlen, das Ganze erstmal den Motor nur zu drehen, ohne zu starten. Da habt ihr die Möglichkeit, hier einmal an der Seite den Stecker abzumachen von den Pumpe-Düse-Elementen. Wenn das Ganze ausrastet, ist es richtig abgeht. Das war noch eine Option, außer die. Wir haben die Möglichkeit, eigentlich den Kurbelwellensensor abzumachen. Dann sollte der eigentlich auch nicht starten. So, natürlich Ölstand checken. Am besten natürlich auch Ölwechsel machen. Also frisches Öl. Und dann das Ganze einmal drehen, dass der Öl bekommt. Und dann starten wir das Ganze. So, ich stecke es ab von dem Kurbelwellensensor. Und dann drehen wir den mal, damit ein bisschen Öl bekommt, der Turbo, bevor wir ihn starten. Dann machen wir den Stecker wieder drauf. Und können das Ganze wieder vernünftig starten. Dann machen wir den Stecker wieder drauf. Dann müssen wir den Stecker wieder drauf. Dann gehen wir den Stecker wieder años.